Oliver Pocher nach Daum Trauerfeier sichtlich ergriffen, geht einem schon unter die Haut Köln, so sieht man Oliver Pocher, 46, selten, der Skandal-Comedian hat sich bei Instagram ungewohnt emotional gezeigt. Grund dafür war die Trauerfeier für die verstorbene Trainerlegende Christoph Daum, 70, die am Donnerstag im Rhein-Nergie-Stadion in Köln stattgefunden hat. Denn Oliver war einer der zahlreichen Promis, die dem vor etwa einem Montag an Krebs verstorbenen Daum die letzte Ehre erweisen wollten. Das war ein äußerst emotionaler Tag heute, berichtet der Comedian im Anschluss an die Veranstaltung im schwarzen Sakko. Sichtlich ergriffen fügt der eigentlich immer zu Scherzen aufgelegte 46-Jährige hinzu, das sind schon emotionale Momente, wenn man auf so einer Beerdigung ist und das so sieht, mit der ganzen Familie, diese ganzen Familienbilder, die Fotos. Das geht einem schon unter die Haut, kann man nicht anders sagen.